Mann, ey, echt. Ende der Transferperiode. Wir haben hier auch noch mal zuschlagen können vom Verein hier. Ey, Mann, richtig geilen Neuzugang, ey. Ich kann mir die Scheiße hier auch nicht mehr angucken, echt, ey. Och. Sag mal, was ist da denn drin? Boah, ah, wird schwindelig. Ja, am Ende der Transferperiode haben wir noch mal richtig zugeschlagen. Wir haben jetzt einen spielenden Co-Trainer, der gleichzeitig Maskottchen ist. Dem Kacki. Na, Kacki, was hast du vorher gemacht? Vorher wollte ich Karriere auf der Reberbahn machen. Aber ich war ständig spitz und keiner wollte mich anfassen. Und, was sagst du hier zu meiner Truppe? Ja, Kacke, ne? Ja, das ist ja mal eine Top-Analyse. Jetzt, komm, mach dich mal warm da jetzt. Uwe, komm nicht an den Ball, ist aber gleich die Luft raus. Alter, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Mach dich warm oder geh am besten gleich nach Kaktar. Boah. Hat mir hier jemand Absinthe in die Verlegerung gekippt oder wat? Ich hab geträumt, wir hätten in der Transferperiode ganz am Ende einen Kaktus verpflichtet. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat echt gedacht, die Transferperiode seiner Freundin dauert neun Monate. Christian, ruhe! Ich bin der kleine grüne Kaki. Werde maskottchen im Kaktar? Schalala, 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 schalala.